Musik 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 Ich dreh gleich durch, ne? Muss ich echt Geld sammeln, wie so ein armes Schwein? Musik Musik Hast recht Musik 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 OUR 校 Musik Musik guys Du hast bestimmt so vom Prime-Evil geklauhen, was das heißt. Mal ganz ehrlich, was soll denn da gut aussehen? Das hasse ich voll, Alter. Warum kann ich mir nix mitnehmen? Normalerweise ging das doch auch immer. Ja, dass wenn du 299 Rubine hattest und findest einen 100er, kannst du einstecken. Und hast dann 300. Meine Güte, ey. Oh, 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 oh. Juhuuu. Ich bin jetzt alles gut. Mhm. Ich mag das Ding lieber. Warum kann ich mit R kein Zofa-Schild machen? Ja. Und dann wieder durchbrettern. Komm, jetzt reinmachen. Ich hab Geld. So, eine lustige, entspannte Szene. Ich hab's nicht mehr. 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 Normalerweise fehlt da jetzt. Ey, da fehlt schon wieder die Musik. Ich glaub der Emulator hat was gegen die Musik. Ja. Der macht das nicht mit, macht er das nicht. Oh, die ist heile. Und er sagt, er hat immer noch keine Zonenführrichtung gesehen. So, das hätten wir. Ja. Aber, das wird klar. Wie lang wie ein Fehler? Ja. Bist du sicher, dass du noch genug Festplatte frei hast? Ja. Ich hab ja schon zwei Stunden gespielt. Ich hab schon ein paar ab hier ab. Jetzt erstmal gucken. Wir können Pause machen. Jetzt erstmal kommentieren. Ja, oder so. Gut, dann machen wir ab hier einen Break. Halleluja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.